das ist ein panzer habe ich keine granaten ich habe keine granaten das hier auch geht ich spüre nur schmerzen die schmerzen in meinem gesicht sind so doll von hinten dass jemand von hinten kommen die schauschützen und das kapiere ich nie die haben die haben so ein langes ding da wollen sie von hinten kommen ja go 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 mal gucken wo das steht da mal der martin hier 38 naja gut wenn das jetzt eher von oben geschrieben hätte welches einverstanden gewesen aber so einen von dort unten und dann schreiben google ja ich brauche dazu nichts sagen also wer so weit unten ist schreibt soll sich mal selber als nur bezeichnen levels kann lewis kann so aber ich aber auch Mörser Ich hab doch eine Granate mit Nein, ich möchte weiterspielen Guck mal, wie er das fährt Fährt finde ich eigentlich Das finde ich richtig geil mit einem Pferd hier Aber damit einen One Kill macht Moment, ich weiß was ich damit meine So eine Art Headshot meine ich damit Ich bin eigentlich schon hier immer wieder am wechseln Also ich könnte sofort auf die Waffe rumgehen Hier ist jemand, wie ich sehe Oh fuck Ja toll Also eigentlich kann ich gar nichts machen Oder abholen Aber das hätte mir auch nichts gebracht beim Panzer Oh hier Jetzt weiß ich was sie meinen Aber mal so reinballern Hoffentlich kriege ich hier noch jemanden Aber ich muss mit dem Schiff untergehen Weil wenn ich jetzt hier Rausschwimmen möchte Dauert das erstmal ein halbes Jahr Ehe ich draußen bin Aber man sieht wirklich hier ein Null Deswegen man muss hoffen Das wir machen Und glaube ich hier was trifft Freifahrerhilfe Ja jedenfalls etwas Da war man ein bisschen höher Müsste ich schon Leute es war schön mit euch zu dienen Ich müsste hier so die Titanic Musik machen Jetzt weiß ich was damit gemeint ist Mit diesen Auf wechseln Also selbst hier sieht man Nie mehr Also ich gehe mit dem Schiff unter Scheißegal was passiert Ja ich habe ein Angriffsflugzeug beschädigt Ich habe was gemacht Jo Feind getroffen Alter nice Tobedeboot Ja gut Darum müsste man achten Aber es ist so düster Nee Aber es ist geil Es ist geil Muss man schon sagen Es macht einfach nur so ein riesen Spaß Und äh Ich finde Spaß muss es machen Oh fuck Rüber 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 Aber ich werde nicht da abgeschossen Oh t 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 So ist man kann eben hier nicht mehr zoomen Aber es ist ja auch eigentlich selbstverständlich Experimentelle MP18 Oh der lebt sogar noch Insanitäter werden ja richtig angezeigt Das ist auch nice So Wir haben es 9 Uhr 12 Und ich muss halt das noch früher abhauen Ich glaube ich kriege keine Zwiefolgen hin Ich würde aber nochmal Landwirtschaftssimulator anzeigen Ich weiß es gar nicht Ich weiß gar nicht was ich das machen soll Ja ich habe hier zwei Parts rausgestanden Das könnte auch passiert sein Dann würde eine Part jetzt sein Also es ist mindestens 10 Irgendwann 20 Minuten Aussehen 10 15 Minuten Das könnte man machen Muss ich dann am Ende mal gucken Wie lange da die Die Runde war Die ist ja gleich vorbei Mal schauen wie es mit den Punkten aussieht Und dann mal gucken Ob ich da gut die Parts rausschneiden kann Also mächtig nehmen hätte man das glaube ich nicht überlebt Dann nur eine Sehne Dann nur eine Sehne Jutz Hätte besser gehen können Herzenburg So Fucking Camper Jungen hat einfach nur Wann mal Snipe Jetzt bin ich mal Ich bin immer so ein bisschen Sniper 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 Hä Ich sehe hier keinen Sniper Typen Gut Die letzten paar Sekunden Geben wir auch noch ein Ah Als Befahrer Brauche ich aber nicht Wenn ihr verlieren Obwohl Wollen wir Ich will mal hier runter gucken gehen Weil es ist ja auch immerhin wichtig Den Aufbau so ein bisschen zu wissen Ich kann eh nichts mehr reißen In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützenkit verfügbar Was ist denn so ein bisschen zu sagen aus? blüß aufbauen was teams fail Teams fail fucking Camper also muss doch hier drüben irgendwo sein aber ich sehe ihn nicht nö gibt es nicht gut wir haben leider verloren also das hätte ich echt nicht gedacht dass wir verloren hätten der Sniper Camper we against Noob Team also ja das wollte ich nicht sagen Ende der Runde jetzt bin ich mal gespannt wie lang die Runde war wo sehe ich denn das gleich das wird dann hier noch angezeigt wie ich gerade gar nicht Beluste persönlich 2000 Punkte also sechs Minuten Ende Runde da hatte ich die nächsten Dings wird echt hier keine Zeit mehr angezeigt wird das schon irgendwie gerne wissen ich würde sagen das reicht ich tue das hier schneiden dann ist gut gut Leute ich würde mal sagen ich hoffe euch hat die beiden Runden gefallen dadurch dass ich jetzt erst zwei Runden wenden kann wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag abonnieren natürlich nicht vergessen dann oben da unten unten und dann bis zum nächsten Mal sagt euer man auf so und hier ist echt hier ist aber um 16 Runde nur Junge guck mal bei uns gut tschau 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 tsch